Mein Kollege am SETI-Institut, dann sagt er, nimm das Handy mit, nimm das Handy mit, weil hier, ich kann dir genau sagen, um 0.32 UTC, also um 1.32 Berliner Zeit, kommt da eine Sternschnuppe runter oder ein Meteor. Und ich habe mich jetzt schlau gemacht, das ist das achte Mal, dass das überhaupt erst möglich war. Oh, no.